In die Konditorei Lassen Sie uns Delikatissen einkaufen und den Heirat mit Torten, Fondant, Bonbons, Plätzchen feiern. Guten Tag, meine Dame. Womit kann ich Ihnen helfen? Guten Tag zu Ihnen auch, Herr. Sagen Sie bitte, was für eine Torte befehlen Sie mir für den Jahrestag meines Heirats. Heute feiern wir ein Jahr. Glückwünsche, meine Dame. Dann werde ich Ihnen sagen, dass wir für solche Ereignisse etwas Besonderes haben. Schokoladentorte mit zwei Schichten, Ananas und Kaffee. Es ist am meisten bestellt. Mh, das klingt lecker. Wie viel kostet es? 15 Euro ein Kilo. Dann möchte ich eine solche Torte von zwei Kilos. Wir haben viele Gäste heute und was anderes könnte ich kaufen außer der Torte. Ich rate Ihnen, Fondant, Bonbons und Kokosnuss, Plätzchen, einkaufen. Alle diese Waren sind in unser Labor gebäckt und sind also frisch und gut für die Party. Ja, bitte, geben Sie mir ein halb Kilo Plätzchen und ein halb Kilo Fondant, Bonbons. Sicher, wie Sie wünschen. Wollen Sie noch etwas anderes? Nein, ich will nur noch wissen, wie lange die Bestellung für die Torte dauert. Jetzt ist es 10 Uhr. Sie können um ungefähr 2 Uhr zurückkommen. Jetzt müssen Sie einen Geldvorschuss von 20 Euro bezahlen. Ja, hier. Ich gebe Ihnen diesen Zettel, mit welchem Sie die Bestellung um die gegebene Zeit abholen können. Dann werden Sie den Rest bezahlen. Ja, danke. Sie sind sehr hilfreich. Dafür nichts. Herzlichen Glückwunsch für den Jahrestag und eine schöne Party. Auf Wiedersehen. Bitte führen Sie die folgenden Übungen durch, um besser diesen Dialog zu verstehen und die neuen Wörter und Phrasen auswendig zu lernen und Ihre Deutschkenntnisse zu üben. Antworten Sie mit Richtig oder Falsch auf die nächsten Sätze. 1. Sarah geht zur Konditorei, um eine Torte für das Feiern ihres Heiratstag zu kaufen. 3. Sie kauft neben der Schokoladentorte auch andere besondere Produkte von der Konditorei. 3. Der Verkäufer sagt ihr, dass sie nichts bezahlen muss, bis sie die Bestellung nicht abholt. 4. Die Konditorei, wo Sarah geht, hat ein eigenes Labor. 5. 5. Sarah muss zurück zum Konditorei kommen, um die Torte abzuholen. 5. Übersetzen Sie das Gespräch mit Hilfe des Wörterbuchs und 5. Auf Wiedersehen 7. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 11. offiziellen Übersetzung. c. Lesen Sie das Gespräch wieder und 1. Finden Sie die Demonstrativpronomen und setzen Sie in männlich und weiblich Einzelzahl und Mehrzahl. 2. Finden Sie die Demonstrativadjektiven und setzen Sie sie in männlich und weiblich Einzelzahl und Mehrzahl. 3. Erklären Sie den Unterschied zwischen den Demonstrativpronomen und Demonstrativadjektiven. d. Bilden Sie einen Aufsatz von ungefähr 8 Zeilen, wo Sie über Ihre Lieblingssüßigkeiten reden. 4. Schnellbeitellen Vielen Dank.